Wie ist die Schmerzen bei dem vielen Sport? In absoluter Harmonie zueinander abgespinnt agieren müssen. Nehmen wir mal das Beispiel Kniegelenk. Sehr komplex, Knochenstrukturen, Bandstrukturen, Menisken müssen hier ineinander greifen, damit alles sehr gut funktioniert. Oder ich habe hier ein Schultergelenk. Viele Bänder, viele Sehnen, viele Muskeln, die da agieren müssen. Und das alles nur in Harmonie wird dazu führen, dass zum Beispiel die Wurfbewegung, Ausholbewegung mit Muskeln, mit Bändern, mit Sehnen optimal funktioniert. Oder bei Marathonläufern zum Beispiel das Gelenk, was ja abfedern muss, was viele Kraft und Last aushalten muss. Wo Muskeln darauf arbeiten und agieren so, dass insgesamt ja quasi das Gelenk wunderbar ökonomisch bewegt wird, aber die Leistung natürlich dabei nicht auf der Strecke bleibt. Also insofern haben wir sehr vielfältige Strukturen, die wir mitnehmen müssen, die aber leider auch alle einzelnen Probleme machen können. Nehmen wir das Kniegelenk. Es besteht aus zwei, mehreren oder drei, vier, fünf Knochensystemen, vor allen Dingen aber aus einem Scharniergelenk. Macht ja nur diese Bewegung, Beugen und Strecken, aber bei dieser Bewegung muss eben ganz viel passieren. Die Muskelkraft, gerade der großen Muskeln, müssen nicht nur das Gelenk abfedern, schonen, damit wie ein Stoßdämpfer wirken. Nein, es muss auch beschleunigen können, Kraft übertragen können, damit wir zum Beispiel beim Laufen den Weg zurücklegen können. Schultergelenk, ganz komplexe Struktur, ganz viele Einzelgelenke, die damit verbunden sind, viele Muskeln, die das Gelenk sichern, weil der Kopf des Oberarms viel zu groß ist für die Pfanne und dementsprechend haben wir hier zum Beispiel das Schlüsselbein, das Schulterblatt und den Oberarm als große Knochen, die da zusammenwirken müssen, die immer in der richtigen Position stehen müssen, ganz schön problematisch. Das Hüftgelenk, ein weiteres Gelenk, macht ja bei vielen Menschen große Probleme mit zunehmendem Alter, weil die Struktur des Knorpels, also so die Abpufferfunktion, die Schutzfunktion, wie Teflon in der Bratpfanne schützt quasi der Knorpel, den Knochen, abgerieben wird im Laufe der Zeit, wenn er denn nicht richtig ernährt wird, bedeutet also, hier bekommen gerade das Kugegelenk viele ältere Herrschaften, die sehr inaktiv waren, sehr unbeweglich waren, größere Probleme. Oder nehmen wir die Wirbelsäule, viele, viele kleine Gelenke, große bindegewebige Strukturen, viel muskuläre Sicherung, 150 Muskeln wirken auf die Wirbelsäule ein. Insofern sieht man auch hier, muss alles sehr harmonisch ablaufen, damit es funktioniert. Der Körper mit seinen ganzen Bewegungssystemen, damit der Koordination, der Ansteuerung der Muskulatur, der Beweglichkeit der Muskeln, der Durchsaftung, der Viskosität von Flüssigkeiten, gerade in den bindegewebigen Strukturen, all das führt dazu, dass es schon mal zu Schmerzenssymptomen kommt. Und ich habe, ich kenne es aus meiner eigenen Erfahrung, gerade an der Sehne, gerade Achillessehne, wenn ich denn zu viel laufe, manchmal auch Probleme, Überlastungsprobleme, die sicherlich viele Läufer auch kennen. Und die wichtigste Vorbereitung, dass es beim Laufen und beim Sportreiben überhaupt klappt, ist das sogenannte Warm-up, Aufwärmen. Ist zwar manchmal lästig, aber es hilft, gerade diesen Strukturen sich doch vorzubereiten auf die anschließende Belastung. Und das reicht einfach nicht, so ein bisschen hin und her zu rennen. Nein, wir machen es beim Auto ja auch nicht. Wir fahren es warm. Wir gehen doch nicht direkt mit Vollgas auf die Autobahn. Kann man es mal tun, geht aber irgendwann schief, weil auch dann der Motor ächzt. Also, wir müssen den Körper vorbereiten. Das bedeutet, wir müssen ihn koordinativ herausfordern, die Nerven- und Muskelzusammenarbeit optimieren. Wir müssen die Muskulatur gut durchbluten. Wir müssen die Atemfrequenz hochholen. Wir müssen den Stoffwechsel nach oben schrauben, damit der Stoffaustausch optimal funktioniert. Wir müssen letztendlich die Viskosität der Verschiebeschichten, also die Flüssigkeit, die zwischen zum Beispiel der Muskulatur und ihrer Faszie liegt, die müssen wir so optimieren, dass reibungsfrei alles gegeneinander läuft. All das machen wir über Aufwärmung. Und das heißt, 5 bis 10 Minuten mindestens, besser vielleicht 10 bis 20 Minuten. Und wenn man sogar sprintet, richtige neuromuskuläre Vorbereitungen macht, kann das sogar bis zu einer Stunde Aufwärmung bedeuten. Sehr viel intensive Arbeit also hierfür notwendig. Wenn ich allerdings Freizeitsport betreibe, reichen meistens 10 bis 15 Minuten aus. Was mache ich? Am besten laufe ich mich ein wenig ein. Man trabt ein wenig, 10 bis 15 Minuten. Mach dann Dehnungsgymnastik mit dem Ziel der Stoffwechselaktivierung. Also nicht, um nur die Muskeln in die Länge zu ziehen, nein, alle Gelenke durchbewegen. Das gilt auch für die Wirbelsäule, das gilt auch für Schultergelenke, das gilt auch für Sprunggelenke, Kniegelenke, Hüftgelenke. Für alle großen Strukturen, damit alle vorbereitet sind. Denn wenn wir Sport treiben, ist alles in Wallung, muss alles vorbereitet werden. Und dementsprechend heißt das, alle Gelenke durchbewegen und alle Muskeln am besten einbeziehen. Und das Komische ist, dass man den Sport auch nachbereiten muss, damit dann auch der Körper wieder in die Regenerationsphase kommt. Wir nennen das ja Abwärmen oder noch besserer Begriff, Cooldown, Abkühlen. Das heißt, die Temperatur muss aus dem Körper raus. Das mache ich mit einer ganz leichten Belastungseinheit, niedriges, moderates, langsames, ruhiges Laufen beispielsweise. Der Stoffwechsel wird aktiviert, Schlechtes aus der Zelle raus, Gutes rein, weil durch körperliche Aktivität wird der Metabolismus einfach stimuliert. Die Gelenke werden wieder gelockert und die Muskeln in die Länge gezogen, die nach getaner Arbeit ja oft sehr beansprucht und ermüdet sind. Die Atemfrequenz wird runtergefahren und dementsprechend heißt das, die Temperaturregulation, damit die Balance aller physiologischen Funktionen wird hergestellt. Heißt also, Sport treiben, gerade schmerzfreies Sport treiben, setzt ein bisschen Disziplin voraus. Am besten aufwärmen, dass alle Strukturen Lust auf die anschließende körperliche Aktivität haben und nachbereiten. Cooldown heißt, wenn ich beim nächsten Tag wieder beginne, ist alles wieder neu, quasi der Schalter wieder auf Null gestellt. Dann kann es wieder losgehen. Das Wichtigste ist also, dass man all diese Strukturen vorbereiten muss, damit sie auch Spaß am Sport haben und vor allen Dingen keine Schmerzen bereiten. Das Wichtigste ist also, dass man die Schmerzen bereiten muss, damit sie auch Spaß haben und vor allen Dingen keine Schmerzen bereiten.